Er gilt als umschwärmter Kinostar und eigenwilliger Fernsehpionier. Wisst ihr, wer das hieß? Vermutlich der Engel. Dietmar Schönherr ist unser Filmstar des Monats Juli. Ich bin das Sprach seiner uralten Familie, wissen Sie? Freuen Sie sich auf seine schönsten Heimatfilme. Meine Musik und ich gehören zusammen. Ich bleibe hier und spiele weiter. So. Jeden Mittwoch um 20.15 Uhr. Na? Nur auf Heimatkanal. Untertitelung des ZDF, 2020